Hallo, hallo Sie, können Sie Deutsch? Deutsch? Ne, kann ich kein, es tut mir leid. Weil wissen Sie, mein Auto ist stehen geblieben und ich bräuchte da irgendwie Hilfe damit. Na, da kann ich Ihnen nicht helfen, weil ich verstehe ja nicht, was Sie sagen. Wissen Sie, ich hätte früher besser aufpassen sollen in der Schule, da hätte ich besser gelernt, aber ich kann kein Deutsch, Pech halt. Hey, Sie, können Sie Deutsch? Deutsch? Ich? Ne, kann ich kein, es wieso. Na, weil die Frau, wie will ich, warte, ich verstehe sie nicht. Wissen Sie, mein Auto ist stehen geblieben, das ist jetzt große Scheiße, ich bräuchte noch eine Naturwerkstatt. Was sagen Sie da, ich verstehe kein Wort. Naja, da habe ich halt Pech gehabt. Hey, warten Sie mal, da hinten, da sind manchmal Penner, vielleicht können die Deutsch. Ich spreche ein bisschen Englisch. Kannst du Englisch sprechen? Englisch? Nein, ich weiß nicht Englisch. Du? Nein, ein paar Worte vielleicht, aber das wird nie tun. Nicht fluently. Na, so ein Pech. Wissen Sie, wenn Sie nächstes Mal kommen, haben wir vielleicht ein bisschen Deutsch gelernt. Oh, Englisch. Das würde cool sein, Arschlöcher. Ich kann Deutsch. Na, ich geh hoch.